Hallo, Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt den John Deere S600er Serie in der Version 1.0 an. Das Ganze kommt von der Modding-Gruppe JHHG. Modding gibt es neben PC und Mac auch für Playstation 4 und Xbox One. Ist wie gesagt eine Version 1.0 und für die in der Kategorie Fahrzeuge und dann Mähdrescher. So, hier ist das gute Stück John Deere S680 bis S690 Series. So rum, 543 PS Standardleistung, 1.250 Liter Diesel, 55 Liter Blue, 32 Gramm haben maximale Fahrtgeschwindigkeit. Kornhub stand gemäß 14.100 Liter für 229.540 Euro im Leasing sowie 11.706 Euro in der, äh Quatsch, in der Anschaffung sind die 229.000 und 11.706 im Leasing. So rum wird's. Mit Korntankverlängerungen, Reifenversteller, Reifenvariante, Häcksler, Abdeckung, hintere Kupplung, Mutterausführung, hintere Achse und Endladerohr stehen uns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Konfig-Blöcke zur Verfügung. Ganz klar. So, schauen wir uns den ersten Konfig-Block an und zwar Korntankverlängerung. Da ist schon mal standardgemäß der faltbare Korntank drin, der kostet uns nämlich auch schon mal 24.970 Euro Aufpreis. Deswegen, dann gibt es noch den statischen Korntank, der kostet nur 18, äh, 1850. Dann gibt es noch den full statischen Korntank, dann gibt es noch den statischen Korntank, der, äh, mehr gibt's nicht, aber ihr seht ja die Unterschiede dementsprechend da oben. Dann gibt es das Ganze noch abgedeckt, dann gibt es noch den Maurer, äh, Tipp-Up, äh, statisch, den Big-Top-Statisch und den Full-Maurer, Tipp-Top-Statisch und den Full-Back-Tipp-Top-Statisch. Ein Wahnsinn. Prinzipiell können wir uns auf Folgendes da einigen. Und zwar, wir haben 14.100, äh, in der ersten beiden Variationen, beziehungsweise drei Variationen. Danach geht es dann weiter zu 17.400, ja, und 17.629 Liter, die ihr da dementsprechend mit aufrüsten könnt. Das ist eine ganze Menge, kommt dann dementsprechend schon an den neuen Glas, da ja ein Glas, der jetzt hier mit drin ist, von der, äh, vom Füllvolumen dementsprechend mit ran. Ja, also, das ist schon mal toppy. Warum gerade der dann am meisten kostet und die anderen, die mehr Kapazität haben, weniger, verstehe ich zwar nicht so ganz, aber wird wohl seine Gründe haben. Reifenhersteller haben wir standardgemäß eingestellt, Michelin mit zwei WD-Transport F800-7. Prinzipiell kürzen wir das Ganze ab, es gibt laut Modder 26 Radkonfigurationen, die ihr durchschalten könnt. Ich gehe jetzt einfach mal ein paar durch, dass ihr das Ganze hier seht, ne, entweder mit Doppelbereifung vorne, das hinten dementsprechend was anderes, äh, ist. Wir haben vorne theoretisch Terra-Track-Ketten in verschiedenen Zollvariationen. Das ist der absolute Wahnsinn und das nur bei Michelin, ne, dann haben wir noch, äh, Mithas, wo der ganze Spaß dann dementsprechend ebenso ist. Ähm, das Ganze gibt's, äh, dann, wie gesagt, auch bei denen. Aber wir haben nur Mithas und Michelin, kein Trellebo. So, Häckselabdeckung haben wir einmal Standard und dann einmal Powercast-Verteiler. Äh, also dementsprechend ist das hier hinten rum, das ist halt einmal Standard und das ist dann scheinbar was Besonderes. Wird in der Realität einen Unterschied machen, definitiv. So, innere Kupplung haben, wenn wir nein, dann haben wir Standard, dass wir halt Schneidwerkswagen mit hinten dran hinkriegen. Dann gibt es noch statische Verlängerung, dass das dann so nach aus ist, äh, nach außen gezogen ist. Und dann gibt es das Ganze auch noch als klappbare Variante, dass wir das dann über eine Funktion ausklappen können, wenn wir es brauchen. Schicke Sache. Motorausführung 680, 600, äh, also 680 2012, 680 2015, 690 2012 und 690 2015. Heißt am Ende 473 PS und 543 PS. Es ändert sich ab nun die 2012er oder die 2015er Variante an der Leistungskomponente nichts, soweit, äh, nur um das soweit zu sehen. Die einzige Veränderung, ihr seht es hier gerade, ist dann dementsprechend dort an der Seite zu sehen. Ja, hat optische oder bestimmt auch irgendwelche Performancegründe, whatever. Hinterachse gibt es einmal Standard, dann breite Hinterachsbereifung oder auch nicht, sollte soweit klar sein. Und Entladerohr haben wir Rohr 6,9 Meter, dann haben wir faltbares Rohr 6,9 Meter, dann haben wir ein neueres Rohr mit 7,9 Metern. Das gibt es auch nochmal statisch oder dementsprechend, äh, faltbar. Soweit, so klar. Schneidwerk und Co. müsst ihr selber besorgen, beziehungsweise die Standarddinger aus dem LS19 nehmen. So, wir haben erstmal das coole Stück S680, äh, John Deere in dem Fall. Ich habe jetzt einfach mal die Standardbereifung hier gelassen, so wie sie eingestellt ist. Ist auf jeden Fall eine Größe, muss man sagen. Hinten haben wir dementsprechend John Deere mit, äh, draufstehen. Die Dickel sehen soweit auch gut aus. Hier die Leiter, wo man theoretisch auch drauf kann. Und dann hier direkt einsteigen kann. Man glitzt zwar hier so ein bisschen dann unten durch, je nachdem, ob man Pech hat oder nicht. Aber man kann wenigstens drauf. Warnhinweise, Feuerlöscher, vorne natürlich John Deere Logo. Dann die ganzen Arbeitslichter oben. GPS ist damit konfiguriert. Hier können wir rein theoretisch drauf springen. Aber mehr oder weniger auch nicht, weil er lässt uns hier leider Gottes nicht so wirklich drauf. Hat aber alles Kollision, wie man sehen kann. Dann hier auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche in grün. Hinten im Mac-Bereich nochmal John Deere Logo. Rundum leuchte. Dem Falle hier faltbares Rohr. Dann hier der Extra-Auswurf-Kupplung. Also Dings hinten, Anhänger-Möglichkeit. Habe ich in dem Falle nicht mit rangemacht. Wenn wir dann einmal hier hochgehen, sehen wir das Ganze auch, wo Motor und Co. ist. Hier der Korn-Tank. Sieht auch schon mal recht schick aus. Und es hat alles Kollision. Also wir können hier drüber gehen. Wir klitschen nirgendwo durch. Nette Sache, muss man wirklich sagen. So, wenn wir einsteigen, geht erstmal die Türe zu. Das ist sehr schön. Innenbereich sieht so aus. Wir haben einen Blick in den Kontakt mit rein. Auch ganz klar. Ansonsten Lenkrad, Monitor und Co. Alles mit drin. Wisst ihr nicht, was man dagegen sagen sollte? Passt soweit. Wir haben links-rechts Spiegel. Die sind in ihrer Form. Passt also soweit auch. So, hören wir uns erstmal prinzipiell den Sound an. So, hören wir uns mal an. Ja, brauchen wir eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Das ist eine Standardseite aus dem LS19. Ja, ist soweit, okay. Wenn es immer eigene Variationen sind, ist es zwar schön, aber muss auch nicht zwingend sein. So, weil er hört sich ja jetzt in dem Sinne nicht verkehrt an für einen Drescher. Da wollen wir also im fahrenden Zustand arbeiten, hören wir dann ja gleich. So, gehen wir nochmal allgemein auf die Funktionalität ein. Spiegel funktionieren soweit, sind zwar in dem Sinne so ausgerichtet, dass man nicht wirklich viel sehen kann, aber ja gut, sie sind auf jeden Fall da. Wir haben das ganze Cockpit hier auch mit digital. Wir sehen hier unten die kmh-Anzahl, wir haben es einmal auf dem Monitor, wir haben es einmal hier rechts auf der Säule mit dazu, plus oben nochmal auf dem Monitor. Das ist alles mit dabei, der Joystick hier ist animiert. Ihr seht auch von außen, es wird mit den Füßen gearbeitet, das ist auch sehr, sehr gut. Kann man auch nichts dagegen sagen. Wenn wir uns das Ganze einmal hier nachts anschauen, sehen wir auch, dass wir die Blinker hier drin haben und die werden uns auch angezeigt. Dafür waren Blinker links oder rechts. Genauso wird der Rest hier mit beleuchtet, extra durch die Monitore. Also die geben von sich aus selber kein Licht ab, sobald wir es anschalten, werden sie aber mit beleuchtet und wir sehen das Wichtigste, was wir sehen müssen in Erleuchtung. Blinker sind außen natürlich vorhanden, reflektieren in dem Fall auch, genauso wie die rundum leuchten. Ansonsten gibt es halt normales Fahrtlicht und hinteres sowie vorderes Arbeitslicht lässt sich separat mit Nampel 5 und Nampel 6 aktivieren und deaktivieren. Das ist soweit also auch schon mal mitgegeben. So, dann habe ich euch schon mal was vorbereitet, habe das Standard-Schneidwerk aus dem LS genommen. Ansonsten mit X klappt ihr den ganzen Spaß auf, in dem Fall, wenn ihr ein faltbares Rohr habt, schaltet, ne? Fährt sich das Rohr aus, ganz klar. Wir können mit der linken Maustaste vorne Schneidwerk hoch, runter, links, rechts, soweit auch ganz klar. Ansonsten können wir mit B den ganzen Spaß anschalten und dann Gas geben und Spaß haben. Wir sehen jetzt hier, der Strohhäcksler ist jetzt ausgeschaltet, das Ganze funktioniert also erstmal so. Wenn ich jetzt mit Komma den ganzen Spaß einschalte, sieht man, dass das Ganze dann so aussieht. Man sieht auch, das arbeitet. Ne, nochmal kurz hier, wenn das mal durch ist, sieht man es da auch nochmal deutlicher. Abgerühren, zack. Ne, das arbeitet also schon mal ohne Probleme. Oben beim Korn-Tank füllt der ganze Spaß auch mit ein. Wir können von hier innen das Ganze sehen. Wir haben Intro Sound, das ist natürlich deutlich leiser, ganz klar. Ansonsten, ja, macht er das, was er machen soll. Und das ist der Hauptsache. Also schöner Drescher, wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte. Wenn wir uns den Log angucken, sehen wir auch, dass das Ganze Logfehler frei ist. Könnt ihr euch also dementsprechend auch bedenkenlos mit Downloaden. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nichts zu sagen. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, hau da ranne. Tschüssigowski.